Die kleineren Piaggio 50 Kubik Automatikmotoren werden modellübergreifend in sehr vielen verschiedenen Rollermodellen verbaut. Das liegt daran, dass genau dieser Motoraufbau sich als sehr wartungsarm und extrem haltbar herausgestellt hat. Und das gilt sowohl für die luftgekühlten Varianten, als auch für die wassergekühlten Modelle. Der Grundmotor ist immer der gleiche. Allerdings kommt auch bei den stabilsten Motoren mal die Zeit, wo man sie komplett erneuern muss. Und das machen wir jetzt. Wir überarbeiten jetzt einen Piaggio Zweitakt Automatikmotor. Und weil, wie bereits erwähnt, diese Piaggio Motoren alle gleich aufgebaut sind, zeigen wir die Arbeiten hier an einem luftgekühlten Motor und gehen dann am Ende des Films noch auf die wassergekühlten Modelle ein und zeigen, wie man die Wasserpumpe wechselt. Zuerst werde ich den Motordeckel abnehmen. Um den Luftfilterkasten dabei nicht zu beschädigen, löse ich diese Schraube und nehme sie ganz heraus. Danach kann ich den Luftfilterkasten ohne weiteres anheben und komme so einfacher an alle anderen Schrauben heran. Nachdem ich alle Schrauben entfernt habe, kann ich den Deckel eigentlich so abnehmen. Sollte er etwas zu fest sitzen, helfe ich mir durch einen Schlag auf den Kickstarter. So löst sich der Deckel und ich kann ihn ohne weiteres entfernen. Direkt unter dem Motordeckel befindet sich der Antrieb. Um diesen zu demontieren, entspanne ich zuerst durch Zusammendrücken der Kupplungsfeder den Zahnriemen. Hier noch einmal etwas langsamer. Fertig. Jetzt muss ich erst den sogenannten Variator abnehmen. Dazu brauche ich dieses Spezialwerkzeug. Das sieht so aus. Das Spezialwerkzeug befestige ich mit einer Schraube unterhalb des Variators. Und hake danach diese Zähne ineinander. So ist der Variator ideal blockiert und ich kann jetzt die Haltemutter lösen. So kann ich den Variator abnehmen. Er besteht aus diesen vier Teilen. Nachdem ich jetzt den Zahnriemen weggenommen habe, nehme ich auch das sogenannte Anlasservorgelege heraus. Und kann nun die sogenannte Variomatik demontieren. Dazu nehme ich erst diesen Drosselring ab. Dann ziehe ich die Zentrierhülse raus. Und kann jetzt die Variomatik abziehen. Dabei muss ich darauf achten, dass ich mit den Fingern hinter die Variomatik gelange, damit sie nicht auseinander fällt. Wie die Variomatik aufgebaut ist, erkläre ich mal hier an einer neuen Variomatik. Die Variomatik besteht aus den beiden Haltekörben und den Variomatik Rollen. Diese Rollen dürfen auf keinen Fall Verschleißerscheinungen aufweisen, da sonst die Variomatik nicht richtig arbeiten kann. Solltet ihr die Variorollen tauschen müssen, dann achtet darauf, auch die richtigen zu besorgen, denn Variorollen gibt es in tausend verschiedenen Varianten. Die Ölpumpe sitzt da und sie wird lediglich durch zwei Schrauben gehalten. Erst hake ich den Gaszug aus. Dann löse ich die beiden Halteschrauben. Drücke die Schlauchdurchführung raus und kann dann die Pumpe abnehmen. Auch dieser Steg darf keinen Verschleiß aufweisen. Damit sie nicht weiter stört, hänge ich sie erstmal über die Fußraste. Danach nehme ich diese Distanzscheibe und den Ölpumpenriemen ab. Jetzt kann ich auch das untere Antriebsrad zusammen mit dem Riemen entnehmen. Und dann auch dieses obere Antriebsritzel von der Welle abziehen. Jetzt werde ich die Simmerringe rausnehmen. Diesen an der Kurbelwelle und den an der Antriebswelle. Zur Demontage der Simmerringe schleife ich in einen alten Schraubendreher eine Kerbe und habe so eine Art Haken. Bevor ich aber die Simmerringe entferne, muss ich erst einmal alle Schmierstoffe ablassen. In diesem Fall das Getriebeöl. Damit nichts auf die Felge läuft, leite ich das Öl über eine Schiene in den Auffangbehälter. Jetzt kann ich mit meinem Spezialschrauben drehen. Jetzt kann ich mit dem Schraubendreher die Simmerringe herausziehen. Dieser Deckel wird von fünf Schrauben gehalten. Nachdem ich diese entnommen habe, nehme ich einen Gummi- oder Plastikhammer und löse mit sanfter Gewalt durch Schläge gegen die Welle den Deckel etwas an. Danach kann ich den Deckel abnehmen und auch die weiteren Getriebeteile ohne weiteres entnehmen. Auf der kleineren der beiden Wellen ist beidseitig eine solche Distanzscheibe aufgesteckt. Und diese Distanzscheiben stecke ich sofort wieder an Ort und Stelle, damit ich sie bei der Wiedermontage nicht mit anderen Unterlegscheiben verwechsel. Jetzt nehme ich den Auspuff ab. Dafür demontiere ich zuerst den vorderen Teil der Verkleidung unter der Sitzbank. Nachdem ich dieses Verkleidungsteil abgenommen habe, sehe ich direkt auf die Zündspule, die Zündkerze und den Zylinder. Und an der Auslassseite des Zylinders ist mit zwei Muttern der Krömer befestigt. Diese beiden Muttern muss ich abschrauben. Danach löse ich noch die beiden Halteschrauben des Auspufftopfes und die Schrauben des Abgasreinigungssystems. Das Abgasreinigungssystem ist eigentlich ein Kompromiss an die neueren Abgasnormen. Die Abgase, die aus dem Auslass des Zylinders kommen, werden im Auspuffkrümmer aufgeteilt und so geht ein Drittel der Abgase nicht mehr durch den Auspuff raus, sondern wird durch das Abgasreinigungssystem geleitet und dort gefiltert. Das ganze System besteht lediglich aus dieser kleinen Metallmembran und dem sich dahinter befindenden Filter. Jetzt löse ich noch die Auspufftopfhalte Schrauben. Jetzt kann ich den Auspuff abnehmen und habe so frei. Die Bremse besteht aus zwei Bremsbacken, die lediglich mit zwei Federn zusammengehalten werden. Sie werden beim Bremsvorgang durch diesen Zapfen auseinander gedrückt. Um sie zu demontieren, klappe ich sie einfach zusammen und kann sie dann abnehmen. Nachdem ich das Hinterrad abgenommen habe, kann ich die Antriebswelle herausziehen. Wenn ihr auch wie ich den Ölmessstab noch nicht herausgedreht habt, dann tut das jetzt, damit er nicht im Weg ist, wenn ihr dieses Lager demontiert. Dafür nehme ich auch hier erst den Simmerring heraus und entferne mit einer Sägeringzange den darunterliegenden Lagersicherungsring. Danach treibe ich von der anderen Seite das Lager aus dem Lagersitz. Für die Demontage des Zylinders nehme ich zuerst die Zündspule ab. Dann ziehe ich den Zündkerzenstecker von der Zündkerze. Und löse die Schrauben, die die Lufthutze halten. Danach nehme ich die Lufthutze ab. Jetzt löse und entnehme ich die Halteschrauben des Zylinders. Und kann danach ganz einfach erst den Zylinderkopf und danach den ganzen Zylinder abziehen. Dann muss ich noch den Kolben abnehmen. Dafür stopfe ich erstmal den Zylinderschacht mit Papier aus, damit nichts hineinfallen kann. Danach entferne ich zuerst auf der einen Seite des Kolbens den Kolbenbolzensicherungssplint. Jetzt befestige ich zum Schutz des Kolbens ein stabiles Stück Pappe zwischen dem Kolben und den Zylinderhalteschrauben. Dann kann ich mit einem langen Schraubendreher den Kolbenbolzen aus dem Kolben schieben. Jetzt kann ich den Kolben abnehmen. Da ich ja den Motor komplett ausbauen will, muss ich auch den Bremszug komplett lösen und aushaken. Dafür schraube ich erst die Zugeinstellschraube ab. Und löse danach die Zughalterung. Auch hier stecke ich wieder zur Aufbewahrung alle Teile die zusammengehören auch wieder zusammen. Um den Vergaser leichter ausbauen zu können, nehme ich erstmal das Helmfach heraus. Wie bereits erwähnt, sucht gründlich nach allen Verkleidungsschrauben und achtet auch auf die Elektrik. Über dem Vergaser ist noch so eine Schutzhaube. Und nachdem ich diese abgenommen habe, löse ich erstmal alle anderen Verbindungen, die zum Vergaser hin oder vom Vergaser wegführen. Danach löse ich diese Halteschwange und kann jetzt den Vergaser einfach abziehen. Bevor ich den Motor ganz rausnehmen kann, muss ich zuerst alle elektrischen Leitungen lösen, die den Motor mit dem Rahmen verbinden. Danach schraube ich das Federbein los. Und noch bevor ich die Motor-Haupt-Halterachse herausnehme, die jetzt als einziges Bauteil noch den Motor am Rahmen hält, stütze ich den Roller einmal unten ab, damit er nicht runter fällt. Und dann noch zu beiden Seiten, dass er nicht umkippt. Jetzt löse ich die Achse. Und nehme sie heraus. Danach kann ich den Motor einfach herausschieben. Der Schmutzfänger wird nur mit zwei Schrauben gehalten. Die eine ist da. Und die andere ist hinter dem Luftreinigungssystem an dieser Stelle. Zur Demontage der Zündeinheit entferne ich zuerst das Lüfterrad. Darunter befindet sich das sogenannte Polrad. Um es zu lösen, brauche ich auch hier wieder den Ölfilterschlüssel. Ansetzen, festschrauben und auf dem Boden aufliegen lassen. Jetzt kann ich mit der Ratsche und der passenden Nuss die Haltemutter lösen. Und abnehmen. Dann brauche ich einen sogenannten Polradabzieher. Der sieht so aus. Er hat im Inneren eine Konterschraube, die ich fast ganz rausschrauben muss. Und auf der anderen Seite hat er ein Feingewinde. Das schraube ich in das Polrad hinein. Etwas nachziehen, damit der Abzieher richtig sitzt. Und dann die Schraube reindrehen, bis sich das Polrad mit einem kleinen Knacken löst. Danach kann ich das Polrad abnehmen. Unter dem Polrad sehe ich direkt auf die Zündspulen, die auf der Zündgrundplatte montiert sind. Und darunter befindet sich direkt der Pickup, der auch zur Zündung gehört. Nachdem ich hier die Schrauben entfernt habe, kann ich die gesamte Zündung einfach herausnehmen. Und bei dieser Gelegenheit entnehme ich auch direkt den Halbmondkeil. Dieser Keil sorgt dafür, dass sich das Polrad auf der Welle nicht verschieben kann, weil dadurch die Zündung verstellt werden würde. Die Ansaugmembrane liegt unter dem Ansaugstutzen und wird auch von zwei Schrauben gehalten. Nachdem ich diese entnommen habe, kann ich den Stutzen und die Membrane herausnehmen. Um den Hauptständer zu entnehmen, muss ich zuerst diese Achse herausnehmen. Dann löse ich die Schrauben, die den Hauptständer seitlich halten. Und kann den Ständer dann abnehmen. Die Motorhälftenschrauben sind alle auf einer Seite. Diese muss ich jetzt rausnehmen und dabei darauf achten, dass ich sie auch gesondert aufbewahre, weil diese eine besondere Länge haben. Wenn ich sie alle gelöst und herausgenommen habe, nehme ich einen Plastik- oder Gummihammer und schlage von der anderen Seite auf die Kurbelwelle. So lösen sich die beiden Motorhälften voneinander und ich kann sie einfach auseinanderziehen. Der Anlasser sitzt da und wird mit zwei Schrauben gehalten. Nachdem ich sie herausgenommen habe, kann ich den Anlasser herausziehen. Direkt über dem Anlasser sitzt eins der Kurbelwellenlager noch in der langen Motorhälfte. Um es herauszuschlagen, drehe ich die Motorhälfte um, lege sie stabil auf zwei Stücke Holz und schlage dann das Lager von außen nach innen aus dem Lagersitz. Um die Kurbelwelle zu entnehmen, lege ich die Motorhälfte stabil und erhöht hin, sodass die Welle frei schwebt. Dann nehme ich wieder meinen Plastikhammer und schlage die Welle aus der Motorhälfte. Um die kleine Motorhälfte nun komplett zu zerlegen, steche ich erst mit einem Schraubendreher von der anderen Seite diesen Simmering heraus. Und um dieses Lager zu demontieren, drehe ich die Motorhälfte um, lege sie zum Schutz der Dichtflächen auf zwei Stücke Holz und schlage auch hier das Lager zur Motorinnenseite heraus. Durch den Getriebedeckel geht die Antriebswelle für das Hinterrad. Um sie herausnehmen zu können, muss ich zuerst mit einer Sägeringzange diesen Lagersicherungsring herausnehmen. Danach drehe ich den Deckel um, lege ihn stabil auf zwei Stücke Holz und schlage die Welle zur Innenseite heraus. Da praktischerweise dabei meistens das Lager mit heraus kommt, muss ich jetzt nur noch Welle und Lager voneinander trennen. Das mache ich, indem ich das Lager auf meinen Schraubstock auflege und mit einem Schlagdorn die Welle herausschlage. Fertig. Jetzt habe ich alles zerlegt und vor mir ausgebreitet. Nun werde ich als nächsten Schritt die Teile aussortieren die ich ersetzen will. also alle Simmeringe, alle Lager, alle Antriebsriemen und die Zündkerze. Der Antriebsriemen sieht auf den ersten Blick noch nicht so schlimm aus, denn die Ränder sind kaum ausgefranst und er ist auch noch nicht spröde oder rissig. Aber im Vergleich mit einem neuen Antriebsriemen fällt es einem dann doch auf. Zweitens der Kolben. Beim Kolben müsst ihr auf den Zustand der Kolbenlauffläche achten. Dieser Kolben hier hat zwar anscheinend schon mal geklemmt, aber es sind trotzdem keine fühlbaren Riefen im Metall. Im Gegensatz dazu habe ich hier mal einen Kolben der total kaputt ist. Da sind Stücke herausgebrochen, die Kolbenringe sind gebrochen und hier hat sich auch der Kolbenbolzen Sicherungssplint verabschiedet. Dieser Kolben ist hin und wenn der Kolben schon so aussieht, dann kann der Zylinder nicht viel anders aussehen. So sollte eine Zylinderlaufbuchse aussehen. Wenn ihr aber solche Riefen vorfindet, dann braucht ihr wohl oder übel Ersatz. Wenn die Bremsbeläge gut gebremst haben und auch noch eine vernünftige Belagsstärke aufweisen, dann reicht es voll und ganz sie gründlich zu reinigen und vor der Wiedermontage kurz etwas anzuschleifen. Bei der Zündung prüft nach, ob alle Kabel noch vernünftig verlötet sind und ob sie keine blanken Stellen aufweisen, an denen Kurzschlüsse entstehen könnten. Der Anlass auf Freilauf muss ganz leicht ausfahren und auch genauso leicht wieder von alleine zurückschnacken. Jetzt reinige ich alle Teile sehr gründlich. Dafür benutze ich entweder Dieselkraftstoff oder Rostlöser und Bremsreiniger. Erst alle Teile mit Rostlöser einsprühen. Danach den Rostlöser fünf Minuten einziehen lassen und danach die Sachen mit dem Borstenpinsel richtig sauber machen und mit Bremsreiniger absprühen. Die alten Reste der Dichtung bekommt ihr mit einem solchen Schaber von den Dichtflächen. Damit die Dichtflächen auch gut dichten können, müssen sie sehr sauber und unbeschädigt sein. Lasst euch also beim Entfernen der alten Dichtung oder der alten Dichtungsmasse ruhig etwas Zeit und macht das gründlich. Dichtungsmasse ruhig Dichtungsmasse ruhig Daalle d fury Dichtungsmasse ruhig Dichtungsmasse ruhig Dichtungsmasse ritter Ich beginne die Wiedermontage mit dem Einsatz des Kurbelwellenlagers in die lange Motorhälfte. Circa 45 Minuten vorher stecke ich einige der Metallteile, die ich wieder in den Motor einbauen will, wie zum Beispiel Lager und Kurbelwelle, zusammen in eine Tüte und lege sie in ein Eisfach. Durch die Kälte zieht sich das Metall zusammen und es ist hinterher viel leichter, zum Beispiel die Lager in die Lagersitze zu treiben. Zusätzlich erhitze ich noch den Lagersitz mit einem Heißluftfön, weil sich durch die Hitze wiederum der Lagersitz ausdehnt. Wenn alles gut läuft, dann kann ich jetzt das gefrorene Lager aus dem Eisfach nehmen und es bis zum Anschlag in den erhitzten Lagersitz stecken. Wenn es nicht ganz reinrutscht, dann muss ich es reinschlagen. Dafür benutze ich normalerweise eine alte Nuss, die passgenau auf dem Außenkranz des Lagers aufliegt. Wenn ihr aber keine alte Nuss habt, die ihr dafür verwenden könnt, dann nehmt eben das alte Lager, legt es auf das neue und schlagt so das neue Lager in den Lagersitz. Wichtig ist, beim Einschlagen der Lager die Lager nicht zu beschädigen. Danach erhitze ich den Innenring des Lagers. Nehme die gefrorene Kurbelwelle aus dem Eisfach und stecke auch sie ins Lager hinein, soweit es geht. Weiter geht's mit der kleinen Motorhälfte. Auch hier erhitze ich den Lagersitz. Nehme jetzt das passende gefrorene Lager aus dem Eisfach und stecke es bis zum Anschlag in den erhitzten Lagersitz. Wenn nötig, auch hier mit Hilfe des alten Lagers nacharbeiten. Jetzt stelle ich die Pläustange so, dass sie nicht stört. Jetzt stelle ich die Pläustange so, dass sie nicht stört. Und versehe eine der gereinigten Dichtflächen mit einer Motordichtpaste. Und so, dass sie nicht stört. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt stecke ich die Motorhälften zusammen. Nehme meinen Hartgummihammer und treibe behutsam und gleichmäßig die Motorhälften etwas aufeinander. So weit bis sie nah genug aneinander sind, dass ich die passenden Schrauben ansetzen kann. Achtung, denkt daran auch die richtigen Schrauben zu nehmen, die haben unterschiedliche Längen. Dann kann ich durch das gleichmäßige über Kreuz anziehen der Schrauben langsam die Motorhälften ganz zusammenfügen. Danach muss ich aber die Kurbelwelle noch gängig machen. Das erreiche ich, indem ich mit einem Hartgummihammer von beiden Seiten einige ordentliche Schläge auf die Welle ausübe. Die Kurbelwelle wird beidseitig durch einen Simmering abgedichtet. Der Simmering auf der Lichtmaschinenseite muss in diese Nut. Er sollte aber nicht ganz auf der Welle aufliegen. Und auch die Simmeringe dürfen beim Einsetzen keinesfalls beschädigt werden. Erst etwas Sprühe, dann den Simmering auflegen, den alten Simmering zum Schutz darüber legen und mit einer Langnuss reintreiben. Zwischendurch immer mal wieder kontrollieren, wie weit ihr schon drin seid. Andere Seite, gleiches Spiel. Erst etwas Sprühe, dann den passenden Simmering auflegen und in den Sitz treiben. Dieses Rohr ist dafür zwar nicht ideal, erfüllt aber auch seinen Zweck. Jetzt werde ich das Getriebe montieren. Dafür brauche ich erst alle Getriebeteile. Also das neue Lager, den neuen Simmering, den Lagersicherungsring, die Hauptantriebswelle und die Nebenwelle. Ich nehme wieder meinen Heißluftfön und erhitze auch hier erst den Lagersitz. Nehme jetzt das gefrorene Lager aus dem Eisfach und stecke es, soweit es geht, in den erhitzten Lagersitz. Wenn nötig, auch hier mit Hilfe des alten Lagers oder einer passenden Nuss etwas nacharbeiten. Danach könnt ihr das alte Lager mit der Zange rausziehen. Wenn es aber zu fest sitzen sollte, dann einfach mit einem Dorn von der anderen Seite rausschlagen. Wenn das Lager sitzt, dürft ihr nicht vergessen, in diese Nut den Lagersicherungsring einzusetzen. Und achtet darauf, dass er auch richtig eingerastet ist. Danach auch hier wieder den neuen Simmering nehmen. Und mit etwas Sprühöl und einer passenden Nuss einsetzen. Jetzt baue ich den Deckel wieder zusammen. Zur Montage auch hier zuerst den Lagersitz erhitzen. Dann das gefrorene Lager aus dem Eisfach nehmen und soweit es geht, in den erhitzten Lagersitz hineinstecken. Wieder eine passende Nuss- oder ein altes Lager aufsetzen und bis zum Lageranschlag hineintreiben. Jetzt sind wir hier erstmal fertig und begeben uns zur oberen Seite des Motors. Die Montage der Ölpumpe beginnt mit dieser Unterlegscheibe. Die kommt als Abstandshalter unter das Ölpumpenrad. Danach nehme ich das Ölpumpenrad und versehe vor der Montage die Laufbuchse mit etwas Sprühöl. Das ist super wichtig, weil die sonst ganz erbärmlich quietschen kann. Dann kann ich das Ölpumpenrad aufstecken. Jetzt brauche ich das obere Ölpumpenantriebsritzel. Das stecke ich mit dem Wulst zur Motorinnenseite auf die Kurbelwelle und kann dann den neuen Ölpumpenriemen aufsetzen. Dann wieder diese Vario-Distance-Scheibe aufstecken und vor dem Aufstecken der Ölpumpe darauf achten, dass die Führungen sowohl an der Ölpumpe als auch am Ölpumpenrad intakt sind. Jetzt erst die Schlauchdurchführung in den Motor einsetzen und dann die Pumpe in das Rad stecken. Festschrauben Fertig Zuerst setze ich mal die gründlich gereinigte Variomatik zusammen. Erst die Rollen einlegen Dann den inneren Korb einsetzen Dabei die Plastiklaufbuchsen nicht vergessen. Dann die Variomatik auf die Kurbelwelle stecken und achtet darauf, dass die Rollen dabei nicht verkanten. Jetzt noch diese Zentrierhülse einführen Fertig Wenn die Kupplung noch so gut ist wie diese dann reicht es auch hier nach dem Reinigen die Belege etwas anzuschleifen Dann prüfe ich nochmals, ob die Innenseite der Kupplungsglocke auch keine Riefen hat. Jetzt nehme ich diesen Distanzring der bei Automatikrollern ja bekanntlich einen Teil der Drosselung darstellt Den stecke ich auf die Variomatik Danach spanne ich zuerst den Kallriemen in die Kupplung ein Dazu drücke ich mit der Hand den Federteller zusammen Nehme dann den neuen Zahnriemen und spanne ihn in die Kupplung ein Jetzt setze ich die Kupplung auf die Antriebswelle Den gereinigten Anlasser Freilauf kann ich einfach mit etwas Sprühöl versehen und auch genauso einfach in diese Aufnahme stecken Zuerst stecke ich den Variator auf die Verzahnung der Kurbelwelle Dann setze ich das Vario-Lüfterrad zusammen und stecke auch das auf die Verzahnung der Kurbelwelle Jetzt setze ich mit etwas Schraubensicherungsmittel die Haltemutter an Nehme das Spezialwerkzeug Befestige es wieder unterhalb des Variators Dann hake ich die Zähne ineinander und schraube die Mutter fest Achtung! Nicht zu fest denn nach Fest kommt ab Jetzt kann ich noch die Kupplungsglocke aufsetzen und auch hier mit etwas Schraubensicherungsmittel und unter Zuhilfenahme des Ölfilterschlüssels die Haltemutter ansetzen und auch die festziehen neurotot belki Du schraubst einem Jetzt müsst ihr nur noch den Zahnriemen etwas vorspannen, weil er sonst durchrutscht. Wenn ihr zur Überholung des Motors den Motor nicht ausgebaut habt, dann hakt jetzt zuerst den Gaszug wieder ein. Vor der Montage des Seitendeckels brauche ich noch einmal mein Sprühöl, um den Kickstarter und das Kickstarterritzel zu schmieren. Vor der Montage des Deckels werde ich noch kurz die Kickstarterwelle und das Kickstarterritzel etwas schmieren. Den eigentlichen Kickstarterhebel kann ich dabei montiert lassen. Ich nehme nur das Ritzel heraus und reinige es. Jetzt nehme ich mein Sprühöl und versehe damit die Kickstarterwelle und die Aufnahme für das Ritzel. Dann nehme ich das gereinigte Ritzel und stecke es wieder in die Aufnahme zurück. Jetzt setze ich den Motordeckel auf. Setze alle Schrauben an. Schraube sie fest. Fertig. Motordeckel sitzt. Nachdem ich nochmals die Zündung auf eventuelle Beschädigungen kontrolliert habe, setze ich sie zusammen mit dem Pickup wieder ein. und schraube alles ordentlich fest. Halbmondkarleinsätze nicht vergessen. und auch beim Pickup diesen Kabelrückhalterarm wieder anschrauben. Dann stecke ich das Polrad mit der Nut auf den Halbmond. und auch hier kann ich wieder mit etwas Schraubensicherungsmittel die Mutter ansetzen. und unter Zuhilfenahme des Ölfilterschlüssels richtig festziehen. Jetzt kann ich das eigentliche Lüfterrad aufsetzen und auch das festschrauben. und unter Zuhilfenahme des Ölfilters. Als erstes schmiere ich etwas Kupferpaste auf die Stellen, auf denen sich die Bremsbeläge bewegen oder aufliegen. Das sind hier diese beiden Zapfen. Dann erst die Belege mit den Federn zusammenhaken. Danach den unteren Belag einhaken und jetzt den oberen Belag einfach drüber klappen. Sollte dabei der untere Belag wieder rausgerutscht sein, so könnt ihr wie ich mit dem Hammer etwas nachhelfen. Keine Angst, so leicht brechen die Belege nicht. Der Anlasser sitzt hier. Bevor ich den Anlasser einsetze, sollte auch dieser erst noch einen neuen Staubschutzgummiring spendiert bekommen. Dann setze ich den Anlasser ein. Lege das Massekabel an die Öse und schraube ihn fest. Musik 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 Den Hauptständer setze ich erst von unten an. Dann montiere ich diese vordere Achse und achte dabei darauf, dass dieses Kabel zwischen Ständer und Motor durchgeführt bleibt. Dann schraube ich noch die zwei Seitenhalteschrauben fest. Dann verleihend. Dann verleihend. Bis zum nächsten Mal. Fertig. Bevor ich den Zylinder und den Kolben montiere, reinige ich zuerst gründlich die Zylinderdichtfläche am Motor. Dann brauche ich das Set bestehend aus Zylinder, Montagefertigen Kolben, Zylinderkopf, Zylinderfußdichtung, Kolbenbolzenlager, Kolbenbolzen und die Kolbenbolzenhalteklips. Ich lege zuerst die Zylinderfußdichtung auf, weil ich die auch gerne schon mal vergesse. Dann drehe ich das Pleuel aus dem Motor heraus, sprühe das Kolbenbolzenlager mit etwas Sprühöl ein und setze es in das sogenannte Pleuelauge ein. Vor dem Aufsetzen des Zylinders gebe ich jetzt noch durch diese beiden Öffnungen einen Schuss Motoröl auf die Kurbelwellenlager. Jetzt setze ich erst in die eine Seite des Kolbens einen der Kolbenbolzenhalteklips als Anschlag ein. Danach stecke ich den Kolbenbolzen von der anderen Seite in den Kolben. Achtung, auf dem Kolben ist ein Pfeil. Dieser Pfeil muss immer zum Auslass zeigen, sonst ist der Kolben verkehrt rummontiert und der Motor springt nicht an. Nun setze ich den Kolben auf das Pleuelauge. Und schiebe den Bolzen bis zum Anschlag in den Kolben hinein. Zum Schluss setze ich jetzt noch den anderen Kolbenbolzenhalteklip ein. Und damit mir nicht versehentlich einer der Halteklips in das Motorinnere fällt, habe ich die Öffnung mit Papiertüchern ausgestopft. Achtung, die Kolbenbolzenhalteklips müssen tausendprozentig richtig in den Hut sitzen. Sonst springen sie beim Betrieb raus, verklemmen sich zwischen Zylinder und Kolben und verursachen so einen fiesen Kolbenfresser. Die Tücher kann ich nun wieder entfernen und dann vorsichtig den Zylinder aufstecken. Der passt nur in einer Position. Bevor ich den Membranblock wieder einsetze, lege ich erst die Dichtung auf. Und kann jetzt die Membrane reinstecken. Dann noch den Ansaugstutzen montieren. Und zuletzt noch der Funktionstest. Wenn sich bis hierhin alles noch leicht bewegen lässt, dann kann ich eigentlich nicht so viel falsch gemacht haben. Und wie schon gesagt, jetzt die Wasserpumpenmodelle. Wie eingangs schon erwähnt, kann es ja auch sein, dass ihr gar keinen luftgekühlten Zylinder mit Kühlrippen habt, sondern einen wassergekühlten Zylinder, der durch einen Wasserkreislauf gekühlt wird. Sollte das so sein, dann habt ihr auch zwangsläufig eine Wasserpumpe, denn dieser Wasserkreislauf muss immer in Bewegung gehalten werden. Um die Wasserpumpe zu tauschen, müsst ihr lediglich ein paar Handgriffe mehr machen, als die, die ihr gerade eben im Film gesehen habt. Erstmal vor der Demontage des Motors einen der Kühlwasserschläuche an der Wasserpumpe lösen und das Kühlwasser in eine Wanne ablassen. Dann den Motor genau so zerlegen, wie ihr es eben im Film gesehen habt. Und dann findet ihr beim Zerlegen dieses Rädchen und das ist das Wasserpumpenrad. Das wird angetrieben von dem Ölpumpenantrieb, der auf der anderen Seite ist. Dieses Zahnrad nehme ich jetzt ab. Dann entnehme ich mit einer Sägeringzange, darunter diesen Sägering. Und dann brauche ich so eine Klemmzange. Damit greife ich die flachen Flanken der Wasserpumpenwelle, um sie festzuhalten. Jetzt kann ich das Wasserpumpenrad lösen. Achtung, das ist ein Linksgewinde, das bedeutet, dass man es zum Lösen nach rechts drehen muss. Jetzt kann ich die Zange wieder abnehmen und anschließend mit einem Hammer den ganzen Wasserpumpeneinsatz vorsichtig aus dem Gehäuse treiben. Da ist jetzt noch ein Dichtring drin und den hämmere ich mit der langen Nuss einfach nach innen raus. Und das Ganze gibt es jetzt als Reparatursatz. Da ist in der Regel dann auch schon alles dabei, inklusive der Lager, neuer Dichtung und neuer Welle etc. Also beim Einbau erst etwas Sprühöl in den Lagersitz. Dann den neuen Dichtring einsetzen und mit einer passenden Nuss vorsichtig bis zum Anschlag in den Sitz treiben. Dann brauche ich diesen Clip und der kommt dahin. Dann kommt da erst ein Lager drüber. Dann kommt da der kleine Abstandshalter drüber. Und dann das andere Lager. Und danach wird das Ganze durch den beiliegenden Sägering fixiert. Jetzt kommt das Ganze wieder da rein und wird mit der langen Nuss behutsam in den Lagersitz getrieben. Und auch hier wird anschließend alles wieder durch diesen Sägering gesichert. Jetzt wieder die Klemmzange ansetzen. Und auf der anderen Seite das neue Wasserpumpenrad festschrauben. Denkt daran, Linksgewinde also nach links festschrauben. Und dann geht es genauso weiter, wie ihr es eben im Film schon gesehen habt. Und wie immer am Schluss, das war jetzt nur eine Art, so eine Arbeit zu erledigen. Wenn ihr meint, geht okay, kann man so machen, dann super. Wenn ihr aber sagt, das ein oder andere würde ich aber komplett anders machen, dann macht das natürlich auch so. Egal wie ihr es macht, seid gründlich und lasst euch Zeit, dann klappt das auch. Viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Tschüss.